Deshalb sollten wir versuchen, immer gut zu sein, zueinander gut sein, miteinander gut sein und immer die guten Taten zu vermehren. Immer mehr, mehr, mehr. Jeden Tag eine gute Tat mehr. Nächsten Tag eine gute Tat mehr. Wenn du einen Tag keine gute Tat gemacht hast, dann ist der Tag eigentlich umsonst für dich. Dann ist es ein verlorengegangener Tag. Wenn du an einem Tag nichts Gutes getan hast, ist der Tag umsonst gewesen für dich. Wenn du auch den Tag 24 Stunden gearbeitet hast, dann hast du nichts Gutes gemacht. Auch dir nicht. Das war zu viel für deinen Körper.